also gleich kommt wieder noch 3 und 3 4 Blutpunkte das sind aber nur kleine wenn wir hier über die Werke stehen auch mal aufzureden wir laschen das bis nach Mogi Lefka das gibt es ja gar nicht dieses rumgetüdel oh ich habe ein rotes Symbol oh geht hier jetzt einer ab mhm eine rotes Ketten so gut keine Ketten den Lämm ich steh mich mal hin zur besseren Tarnung ich sieh ein Haus ich sieh ne Brick warum kriegt X eigentlich nicht die Waffe ich hab Angst von der Brick 1 gescheuert zu bekommen ey hör auf in die Luft zu schlagen sind wir jetzt alle beisammen wir laufen schon längst weiter hr ich könnte auch nichts sagen die Arschkrampen wir sind doch an dir vorbeigegangen du bist zu blind oder was wir sind zu viert ich glaube so viele waren wir noch nie oder doch 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 einmal ein Häschen ein Häschen noch ein Häschen ja dann knutschst du nein Vorsicht da unten ist da was los schon an einem roten Haus das ist die Party ja hier kann man looten meine Jungs ja dann looten mal da hinten ist ne Kuh fett ne fette Kuh oder was richtiges schönes Silindersteak Vorsicht auf der Straße sind von Average rumgelaufen von Zombies als er hat er hat dritte ich konnte ich konnte nicht alter ihr seid Pfosten kommen noch einer ja geht geht aus dem Weg ich blute fuck alter was laufen diese Schwule ja kriegt immer dich mal um den ich muss mich verarzt warum bin ich so mächtig komm alter verarzt du dich nicht machen Rick verlierst du Blut ja achso sieht aber nicht so aus ich muss ich auch nicht mehr verarzt ich bin unnächtig na klar so ich mach mal erstmal bandagieren wen nicht ich glaub ich hab gar keine EP-Pens dabei ja natürlich dich das ist aber nicht dass das geht ich hab jetzt nur noch 5800 und du auch als Modus oder was was du hast nur noch 5800 Blut ja soll ich eine Bluttransfusion machen Brick wie lange dauert es noch bei dir ich bin jetzt jetzt bin ich soll ich Bluttransfusion machen wär nett gut dann bleib schlacken wie viel hast du noch 5000 wie viel Bluttransfusionen bleib dich doch nicht ich bewege mich nicht doch wenn du willst du dich warum bewegst du dich warum bewege ich mich drück doch einfach mal wie ja tu ich doch nein drück nach zurück in die Richtung drücken in die Probleme macht da kommt ein Zombie in unsere Richtung da kommt der nächste Zombie auf die Straße Straßenrand komm weg hier erstmal voll ähm hast du die Beine äh der kommt schon der kommt schon fack 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 wo ist er denn bei Brick ah sag doch was er hat ihn blatt gemacht ähm hast du die Beine gebrochen oh ne jetzt bist du in der Hocke ne also ja Brick geben wir erstmal in Sicherheit dann machen wir Bluttransfusion ja das fängt schon wieder gut an 2 3 4 links 2 3 4 und schlägt dich hin doch dann war er hast du noch Bluttransfusion erpickt zwei habe ich jetzt ja übrig wenn ich jetzt verarzt habe ich nur noch eine na also soll ich sie verarzt oder nicht ja natürlich ja es muss leider so sein ich mir wäre es auch lieber wenn wir dich opfern würden aber wie viel Blut hast du noch Astmodus 10.000 100 Epic 7.000 hm ok obwohl nicht die die Hacken nehmen ach so na ok ne passt schon Brick du kannst ja schon weiterlaufen ja so wir sollten jetzt etwas vorsichtiger sein und schnellstes Matches finden und mit dem Fleisch können wir dann Blutbraten äh nicht Blutbraten sondern Fleischbraten und damit bis zu 800 Blut bekommen wo war noch mal die Kuh äh war die nicht auf der anderen Seite? wisst ihr dass die Sonne hier untergeht? hm ist doch romantisch ja nur auf Dauer gesehen nicht so tolle ja auf Dauer also eine Stunde länger gebe ich uns hier nicht mehr ja na und dann sind wir bis dann sind wir vielleicht schon mal irgendwo bei der Mogilevke angekommen ohne uns gegenseitig umgebracht zu haben hm schauen wir mal wir brauchen aber auf jeden Fall mehr Hatchet ja ja oder überhaupt irgendwas Prechstange wird auch erstmal wieder tun hm wie gesagt ich kann euch anbieten dass einer von euch ne Makaro von mir bekommt ne nix lautes lieber was auf Nahkampf also Munition hätte ich mit zur Not auch noch Munition habe ich auch genügend Rick wie viele Bandages hast du? eines ok ah stimmt ich hab dich ja verdingstelt also ich hab keine mehr Bandagen ich muss da auch irgendwie das ist scheiße soll ich dir eine geben? ne lass mal einen Moment oh Fagi muss essen oh man ich hab nur noch Sardinen aber wir sitzen ja auch ein bisschen auf dem Präsentierteller ne oh das Regenlauf ist weiter es war nicht echt mein letztes Essen fuck rechte Seite wär fast besser irgendwie ich hatte nur kurz was gegessen und ich hab ab jetzt nichts mehr zu essen ich hab nur noch Rohrfleisch nix geht mehr nix nix geht mehr nix nix geht mehr wir sind im Limit wir sind kurz vorm Verhungern haben nur noch wenig Blutgeserven mitten im Wald ausgesetzt keine Ahnung wohin und mit drei Folie und mit ihr unterwegs du bist aber nicht netz und nein außer du blick du bist cool naja ok da bist du doch scheiße dir passt aber auch gar nix das ist um Bukin die ja leute hier lang sind es langweilig machen wir mal was wir laufen noch durch den Wald es wird sie mehr machen ja die Kinder und Konzentriert ja warum denn die es nix irgendwo und Häusle wo scheißegal wo ist Ex überhaupt ich seh nur noch euch ich seh nur noch euch ich sehs grad ok ich bin mir ich bin mir ich bin mir ich bin mir ja da war ein Hase ich hab's nicht gesehen ach meine Birke ein Häschen ein Häschen soll ich's hauen soll ich's hauen wo ist es Alter wo ist es was macht ihr denn Häschen jagen ja wo ist es denn wo ist Brick jetzt wo ist Häschen das ist jetzt schon wieder weg Boah seit dem Update sollen sich ja Tierger auchs viel besser viel mehr bewegen ah es ist da vorne schon Mogi Lefka ne das ist ein Eingangsschild das ist das ja das ist Mogi Lefka oder ist es diese kleine Stadt davor nein da waren wir doch gerade durch ah da wo wir unseren Höschen angefangen mein Gebet abfad ab stimmt die Straße die Schmückenreade lange gefahren die Schule und gesamt aber am Ersten dieser Tag somit ist's doch die mit den Hacken sollten hören viel Spaß mit der Ticket die 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 voila die nicht weiter also hier gibt es definitiv auch einen von der Seite wo wir kommen dürfte ein ja genau das ist dürfte so ein Geist mit dafür hoffentlich mehr hatten zwischen dem Spiel schon ein paar Mal gehofft also hat man weiß wir haben zu sehen ein bisschen in einem Schöner müssen drei Haken gefunden okay da hat aber jeder schon eine ich habe heute in einem Haus von drei Uhr das was man schon hat sehe ich das richtig da ist eine Karawane ich hab grad gedacht dass da ein ähm Ding ist was ist ein Ding? ein blaues Auto ich bin links dessen Zombie das ist doch noch nicht die Stadt neben so einem Baum n ach da da ob es gibt die neben dir möchte jemand das ist die Stadt nicht jemand von mir meine Haken haben Stolz ich werde nicht vorgehen gibt es im Rucksack alter ich glaube jeder von uns in der Truppe hecht die Gruppe sind die hier habe ich jetzt um die Verloren ne da ist er boah alter der ist jetzt noch nicht schnell wo siehst du denn da ein Zombie? ja er läuft schon so ein bisschen in unsere Richtung da vorne auf dem freien Feld wo ich hingucke hast du? ja danke ah jetzt läuft er weg er hat Angst danke du bist mein Held ich glaube ich sehe da vorne mit meinem vierten Glas eine Scheune da oben muss es sein dann holen wir uns den einen Zombie vielleicht und na warum willst du den alten Zombie holen? ja warum nicht? ja mit so wenig Blutpackchen und so wenig Bandages würde ich das nichts nicht unbedingt riskieren aber naja was geht ich du bist ja der erfahrenste Spieler von uns allen ähm links oben ist auch noch eine Hütte ne ganz weit abseits aber oder wo müssen wir jetzt hin? ich hab die Scheune bisher noch nicht gesehen äh weiter nach rechts da ist die Scheune oben auf dem Hügel ein Stück weiter hier sieht man so gut ob da noch was ist ich bin jetzt am See ah das ist der See erst oder was? ja der kleine ja da oben ist die Scheune und weil mit der Scheune fängt glaube ich die Stadt an weiß ich nicht wollen wir die Scheune reinrennen? nein stürmen nicht ohne zu sehen was da noch so rum springt also da links sind auf jeden Fall einige Zombies der Zombie naja ok der kommt langsam in unsere Richtung behalte den im Auge aber ich glaub nicht dass der jetzt so'n Stress macht ach das ist ne ganz lange Scheune oder was? mhm ja ja und ich glaube das ist die Stadt oder? ja ja links kommt einer links kommt einer angerannt links kommt einer angerannt da kommt von mir angerannt da kommt noch einer ex da kommt noch einer der von rechts auch noch oder was? was ist Ayo? was was was? was ist Ayo? ne 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 das war der was ist denn Ayo? Ayo? halt ah gut der hat was zu essen den nehm ich gleich sonst nur irgendwas dabei naja höchstens der im gelben könnte noch was haben ich guck grad da wo ich hingehe haha Pliarimus ist losig von hinten kommt noch einer gerannt ok pass mal auf du der looted da komm Aua ja geh doch weg er ist tot er ist gescht er ist gefallen ich seh schon das Brickhaus wir sind auch hier ziemlich sichtbar hm links 2 3 ähm hinlegen ok ja ja schon gefallen ne ich sag's nur bevor du es vergisst ne wenn ich das bei euch sehe dann ist das schon ja ich weiß nicht wie du gestrickt bist ich rolle das eindeutig leiser ist tatsächlich leiser Bullshit ich bin nicht hörbar nein habe ich meine von den Geräuschen die Spieler hören könnten das ist wieder so ne scheiß zäune ist so ne scheiß scheune mit so nem dummen Eingang der ist nämlich nicht am Ende sind nur 108 Zombies auf dem Server neun das ist echt wenig ne 111 du Lügnerin ne du hast grad hochgesprungen jetzt sind es wieder 109 na siehst du wegen dir sind es zwei weniger du bist schuld jetzt sind es 116 naja du bist schuld 119 97 das ist ein optische Täscher Alter es ist nicht gehechtet bei euch das ist unglaublich ihr seid nur am hecheln was nimmt ihr denn für Zeugs das Gute ich guck hier voll in den Schritt pfui pfui ja ich guck mal anders hin immer wenn wir der Seil spielen guckst du mir in den Schritt ja musst du denn auch immer vor mir laufen ich lauf gern hinter dir da kann ich dir mal vielleicht eine Schrift gucken dann guck ich jetzt den Exzen nicht mehr ob das so aussichtsreich ist ich muss noch aufpassen dass drinnen keine Zombies sind hier drinnen ist leer ne oder also zombie technisch ja 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 technisch anscheinend auch ja was sagt der Ausläufer nix hier ist nur ne Jerry na tatsächlich nix ähm ähm kann ich kann ich kann ich kann ich in die Scheune gegenüber rennen die ist das ist aber ne Sackgasse deswegen würde ich da nicht rein rennen nix hier aber kein Zombie doch auf dem Hügel sind vier Stück mhm mhm aber hier nach rein da kommt auch schon ja einer kommt hui ich guck mal hier ob ne Headshotzone ist in diesem mhm gut mal bissl aufteilen das ist gut mhm hier ist ne Small Grenade in grün und eine rote da ist ein Zombie im Rage Modus wo 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 draußen irgendwo und hier ist ein Hunting Knife und hier ist ein Scrap Metal das wäre vielleicht interessant für irgendwann Auto zu sammeln mhm da kommt ein Zombie in den Innenhof der kommt auch zu irgendjemand gerade der hat zu euch zu Brick und ja der ist tot ok